lebendig war. Wir lesen in der Apostelgeschichte auch von einem Apostelkonzil. Worum ging es dabei? Also zunächst einmal Apostel, wenn wir das Wort gebrauchen, da dürfen wir nicht nur an die zwölf denken, die Jesus um sich gescharrt hat. Apostel ist immer jemand, der von Jesus dazu berufen ist, ausgesandt zu werden, um den Menschen oder den Heiden das Evangelium zu verkünden. Das Wort Apostel heißt der Ausgesandter. Also das Apostelkonzil damals war ein ganz wichtiges Ereignis deshalb, weil es darum ging, das Christentum aus dem Judentum herauszulösen und es zu einer universalen Religion für alle Menschen zu machen. Damals war bei den Jüngern, bei den Zwölfen, speziell auch bei Petrus immer noch diese Ängstlichkeit, man müsse die jüdischen Gesetze weiter befolgen, man müsse die Beschneidung weiter auch denen auferlegen, die vom Heidentum zum Christentum sich bekehrten. Das wäre natürlich eine Verfälschung der Botschaft Christi gewesen. Und da hat sicherlich Paulus eine ganz wichtige Rolle gespielt, weil der Heilige Geist bereits die Fakten gesetzt hatte. Denken wir an die Bekehrung des Hauptmanns Cornelius. Da hat also wirklich der Heilige Geist schon die Fakten gesetzt und die Jünger brauchten nur noch das zu tun, was sich bereits ereignet hatte, dass der Heilige Geist genauso auf die Heiden herabkam wie auf die Juden und deswegen es diese Grenze des Gesetzes, des jüdischen Gesetzes nicht mehr gab. Wie muss man sich so eine Missionsreise des heiligen Paulus konkret vorstellen? Da war ja immerhin ein Mann, der von einem gewissen Jesus predigte, von dem die Menschen in kleinen Asien oder auch später in Europa sicherlich noch nie etwas gehört hatten. Warum war er so erfolgreich? Also zunächst einmal noch nie gehört hatten, das trifft ihm nur in begrenzten Weise zu, denn der heilige Paulus knüpfte zunächst einmal an die alttestamentlichen Prophetien an. Er ist ja zunächst immer in die Synagogen gegangen, hat zunächst einmal zu Juden gesprochen. Die wussten eigentlich Bescheid, die hatten ja eine Messias-Erwartung, daran konnte er anknüpfen. Und dann, wenn sie ihn aus der Synagoge hinausgeworfen hatten, dann ging er zu den Heiden und dann hat er wieder eine andere Methode angewandt. Und diese Methode hat er eigentlich auf dem Areopag angewandt, indem er auf den unbekannten Gott zu sprechen kam, den diese Menschen ja alle gesucht haben. Die damalige Zeit war eigentlich eine Zeit einer großen Offenheit. Die römische Religion und die griechische Religion hatte gewissermaßen abgewirtschaftet. Man nahm sie nicht mehr ernst. Der Tempelkult wurde nur noch äußerlich vollzogen. Da war eine große Offenheit da und da strömten auch viele esoterische Kulte. Auch ägyptische Osiriskulte oder der Mithras-Kult aus Persien strömten da ein. Da waren die Menschen offen für etwas Neues. Und deswegen konnte das Christentum sich auch tatsächlich so ausbreiten. Kann man von der Art der Missionierung des Paulus auch etwas lernen für die heutige Zeit? Natürlich. Man muss zunächst einmal erfahren, was bewegt die Menschen heute. Man muss also auch heute in den Menschen den Altar für den unbekannten Gott, den muss man bei diesen Menschen erspüren. Also eines ist jedenfalls klar. Jeder Mensch hat eine tiefe Sehnsucht nach einem erfüllten, glücklichen Leben. Jeder Mensch. Ich kann jeden Menschen fragen, möchtest du glücklich werden? Und er wird sagen, ja. Jeder versteht natürlich unter dem Glück etwas völlig anderes. Oder unter dem Lebenssinn oder unter der Selbstverwirklichung. Jetzt muss man den Menschen versuchen klarzumachen, wer wirklich dem Menschen die wahre Selbstverwirklichung, das wahre Glück schenken kann. Da spielt auch immer das Thema Befreiung von Schuld eine Rolle. Zurück zu den historischen Fakten. Was weiß man über den Tod des Paulus? Gibt es da irgendwelche gesicherten Erkenntnisse? Also man darf der Tradition, darf man wirklich trauen. Denken Sie einmal daran, das Petrusgrab war ja bis ins letzte Jahrhundert hinein immer nur vermutet worden. Aber die Tradition war fest davon überzeugt, hier unter der Kuppel des Petersdomes, da befindet sich das Petrusgrab. Das ist dann archäologisch tatsächlich auch bewiesen worden. Genauso kann man auch der Tradition in Bezug auf den Tod des heiligen Paulus trauen. Paulus war ein römischer Bürger. Er durfte also nicht den schmählichen Tod eines Sklaven oder eines heidnischen Kriegsgefangenen sterben. Er wurde also enthauptet. Das war die mildeste Form der Hinrichtung. Davon kann man ausgehen. Man darf auch den Ort durchaus annehmen, an dem das geschehen ist, wo Trefontane heute vor den Toren von Rom sich befand, in dessen Nähe ja dann auch die St. Pauls Basilika heute steht, die die Grabeskirche des heiligen Paulus der Tradition gemäß sein soll. Und tatsächlich hat man ja vor wenigen Jahren das Paulusgrab einmal untersucht und tatsächlich auch Reste von seinen Gebeinen gefunden. Herr Pfarrer, was ist von dem eingangs erwähnten Vorwurf, der heilige Paulus sei lediglich ein genialer Verfälscher der Botschaft Christi aus theologischer Sicht zu halten? Der heilige Paulus war ein großer Theologe. Man muss sagen, er war der erste große Theologe. Die anderen Apostel waren Zeugen. Die haben bezeugen können, was sie an Jesus erlebt, mit ihm erlebt haben und wie er ihr Leben verändert hat. Das war wichtig. Aber genauso wichtig war, die Lehre Christi theologisch umzusetzen, zu einer Verkündigung werden zu lassen, die auch den Menschen damals gemäß war, ihrem Denken entsprach. Und da war der heilige Paulus genau das geniale Werkzeug Gottes. Man kann sagen, der erste Theologe. Insofern könnte man sagen, er habe die Lehre Christi verfälscht. Aber ich glaube, da ist überhaupt kein Unterschied zwischen dem, was die Apostel verkündet haben und der heilige Paulus. Deswegen war er immer bestrebt, sich am Glauben der Kirche, sprich am Petrusamt zu orientieren. Herr Pfarrer Abel, ganz herzlichen Dank, dass Sie wieder bei uns waren. Bitteschön. Und auch Ihnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Das war Glaubenskompass. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Die Reihe Glaubenskompass können Sie kostenlos online über unseren Shop bestellen. www.kirche-in-not.de-shop www.kirche-in-not.de-shop www.kirche-in-not.de-shop